Fünf, vier, sieben, drei, drei, eins, Prost, Neuer! Erstens mit der Vorwärtspräsentation. Wir fangen an mit dem Engalfeuer Rot und Gelb und Grün und Blau und Orange und alle Rüchte und Farben. Die Festdauer von etwa 40 Sekunden, das ist die Juris-Kategorie F1, wird also unser Kinderfolger-Kleinfeuer sein. Das ist das, was hier vorne liegt. Ich hoffe, ihr habt euch clever verteilt und steht jetzt nicht alle hinter mir in meinem breiten Rücken, sondern wenn ihr vorne am Team vorankommt, dann geht alle Klasse und Team. Aber wir wechseln sowieso gleich auf die andere Rüfe weiter rüber mit der Feuer. Wie das ist, wie wir wirklich getan haben, wir nur noch zwei. Jetzt sind wir noch 40 Sekunden von dem Engalfeuer. Kategorie F1, ab zwölf Jahren zu verkaufen, also zu kaufen. Ja, manche machen Engalfeuer mit 50 Sekunden, aber da werden halt 50 Stunden sein. Und ich glaube, wir gehen jetzt nicht alle rüber, oder? Okay, bleiben wir vorne. Hier ist die Karnvulkan. Meine Karn mit hohem Helm und dem Karnverstoß. Die Fekte war sogar 30 Sekunden, die Fekte war, er ist jetzt über ca. 5 Meter. Der Karnvulkan. Jetzt machen wir zwei, also die Karnvulkan. So, noch ein Karnvulkan, der Goldvulkan. Die Nummer 3 auf unserem Vergleichstein. Hochsprünger Goldvulkan im mächtigen Ausstoß. Effektdauer 75 Sekunden. Effektdauer ca. 5 Meter. Der Goldvulkan. Okay. Ich gucke es dir. Ich gucke es dir, du bist so jetzt. Ach, ich finde es nicht. Oh, das macht der nicht mehr. Ich gucke es nicht mehr. Ja, der nicht mehr. Sehr gut. Alles klar, die Nummer 4 auf unserem Vergleichschrank. Das war der Amsterdam und wir kommen zum Cairo. Das war der Amsterdam und wir kommen zum Cairo. Der Cairo. Okay, wir wetteln nach Paris. Anscheinend ist hier heute noch nicht so richtig der Brüder dabei, wenn ihr gleich die Brüder habt. Der Paris. Die Nummer 6 auf unserem Vergleichschrank. Super. Okay. Jetzt müssen wir. Ja, genau so stellt man die Tür vor. 20 Sekunden Effekt in 7 Salven mit roten Belitzersterne und 2er-Truck-Fächer. Das war der Frist. Und jetzt die Solid Science-Batterie Nummer 8 auf unserer Seite. Das ist eine Neuheit, glaube ich. Nummer 20 Sekunden. Das muss man selbstverständlich zu finden. 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 Das muss der Höhe der Dauer nicht mehr machen. Die Räumen werden nicht mehr gelungen. Das muss man sonst wieder machen. Nun habe ich nicht mehr gelungen. Das muss man einfach überlegen. Das war creepy, und jetzt kommt ein Pauker unter 10 Euro, also alle Wetter. Dwight Brown, 10 Schussball. Ich denke, dass es jetzt die Nachbarn war. Dwight Brown, 30% Effektor, 50 Meter Effekt höher. Und wir kommen zu Revolt. Die Rattlinge kommen 70 Meter höher. Das war The Wolves, 25 Schuss. Jetzt kommt ein Pflaster, hatten wir schon im letzten Jahr. Aber trotz aller dem Zeitpunkt gerne noch mal. Pflaster, 70 Schuss, 40 Sekunden Effektor, und dann wollen wir die Frühe circa 40 Meter pflaster. Das ist ein Artikel mit 70 Grad Fäsche, wo wir leider nicht mit dem Raten festhalten. Und dann haben wir hier noch kein Stück, das ist ein Stück. Ein Stück, das ist ein Stück, das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Ich hatte es ein Stück, das ist ein Stück. Danke euch! Hallo! Hallo! Geht so! Wir machen gleich Feierabend oder was? Okay, Nummer 13. Neuer, der nächste reich ist Schluss. Die 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 nächste reich ist Schluss. Spring Break auf der Neuheit von uns. Nummer 13. Der kommt zu 114 auf dem Schrank. Das ist jetzt der Gleichstellung. Die nächste reich ist Schluss. Die nächste reich ist Schluss. Die nächste reich ist Schluss. Von heute 165. Die nächste reich ist Schluss. Die dritte Reine. Die nächste reich ist Schluss. Die dritte Reine. Die dritte Reine. Die dritte Reine. Das ist gut. Danke für Volleherr! Willkommen wieder? Das ist gut. Ja, geht noch weiter. Nummer 15, ebenfalls eine Neuheit. Sei es der Great, 38 Meter. 38 Meter, 70 Meter, 11.4, 13.3 Meter. Sei es der Great, die Nummer 15. Das ist der Gründer, das ist der Gründer. Aber bis zum Schluss ist es in diesem Moment, aber ich würde es nicht mehr machen. Ich kann es doch. Ich muss die Augen zurück, da ist es geil. Ich habe es nicht mehr. Ja, 68 Schuss, 70 Sekunden, so lange ist er 70 Sekunden. Da kommt so ein bisschen ein zartes Super hier, nicht von links. Okay, Performer. 60 Sekunden. 60 Sekunden, kommt noch nicht. Ich bin im Altium des 162 Sekunden, das ist vor dem ganz viel der St��. Die Stereooperator hat 45 Sekunden versat. Da macht man ein streitender Radwein. Da haben wir es auf den Bauern oder die Türgeleit. Und die Telefone, das ist der Rücken. Und das ist der Macht, die wir können nicht mehr zusammen haben. Arbeit nur heute Abend. Gerade hat er nun gebläht. Habt ihr rumgeblättert? Aber geht doch. Okay, cool message. Einer für mich. Bist du schon leise? Jops. Jops, 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 Jops. Jops, 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 Jops. Ja, kann man noch gut drehen, die Kussbunden, oder puh? Kucki weg! Hamburg! Hamburg mit 200 Schuss. Effekt höher ist ca. 5 Meter. Sechs-Stuchige Kussbunden mit langen Lautstärken. Hamburg! Und die kommen so nach Rufer. Das war die Schuss. Hat ein bisschen mehr Maske. Das war die Schuss. Hat ein bisschen mehr Maske. Das war die Schuss. Zwei kurze Gebäude. Der Effekt dauert ca. 20 Sekunden. Effekt höher ist ca. 50 Meter. Ich denke mal, das konnte dir nachvollziehen. Und wir kommen jetzt zum Casablanca. Casablanca ist einfach geschossen hier richtig gerade. Das war das viele Räume zu Jacksonen. Ja, das ist das viele Räume. Das ist das für den Räume. Das ist das für den Räume. Das ist das für den Räume. Stürzt und den Räume zu einfachen. Schuss! Das war's. 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 Das waren die 23 Artikel, die wir Ihnen präsentiert haben. Was, hey, hey, hey? Das war's. 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 Das war's für heute. 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 Vielen Dank.